Jo, selbes wie du warst, Genap Relaxen ist hier und so und herzlich willkommen auf meinem Kanal, wieder seht ihr ein weiteres Video auf dem Emanation Team Channel von mir und ja, Gameplay ist vom Rakua, spürt ein Nuklear auf, ich glaube, Havok oder Havok heißt die Map, glaube ich, ja, und ist auf jeden Fall in der Beschreibung, denke ich mal und könnt euch das Video aus den Lehrer-Stories und alles nach dem Intro. Ja, jetzt hört mal so eine kleine Story, hatte ich eben gerade Eltern-Sprechstunde, ne, jeder kennt es, jeder kennt es und jeder hasst es, ja, jeder hasst einfach die Eltern-Sprechstunde, wenn euer Lehrer meint, hmm, den Tim, den Tim, den facken, weiß man richtig ab, weiß er, den laden muss man seine Mutter ein zum Eltern-Sprechstag, nice, das habe ich von Go-In-Sprechstunde, für, für die Lehrerinnen, ja, ähm, weil, um, das ist eigentlich immer der Punkt, an dem die Lehrer oder den Eltern möglichst viel Scheiße über euch erzählen können, ja, es ist aber einfach, und so war es halt bei mir heute mal nicht, dazu komme ich auch gleich noch, äh, jedenfalls war es bei mir eigentlich immer damals so, weil bei mir immer, ist es immer das Verhalten gewesen bei mir, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der, wenn er keinen Bock mehr hat, dann relativ laut wird, also es ist laut, äh, ich bin dann halt Gespräche mit meinen Mitschülern sozusagen und es ist einfach so, dass ich jemand bin, der, der sich relativ schnell ablenken lässt, das gebe ich auch wirklich zu, aber es ist einfach so krass, dass, äh, die Lehrer dann in den Elterngesprächen meistens nur Scheiße über einladen, nur, das war auch schon mal so bei meiner anderen Lehrerin, meiner Chemielehrerin, ihren Namen werde ich nicht nennen, ist ja klar, nennen wir sie mal Frau Fotze, und wir hatten, ähm, wie soll es beschreiben, ab, die Abschlussfeier der Schule, also der zwölften Klassen, das ist sowas wie Abi-Streich, kennt bestimmt, kennt bestimmt einige von euch, da können halt die zwölften Klassen, beim Schwulhof, auf dem Schulhof irgendeine Scheiße machen mit den Mitschülern, und die anderen Schülern, die irgendwie anmalen mit, äh, so Schminkscheiße und so einem Dreck und das machen, alles mögliche halt, kennt gleich jeder von euch, weiß nicht, was überall, äh, so üblich ist wie bei uns in Gotha, wo ich wohne halt, aber es ist einfach so, dass, zu dem Tag, war es halt so, dass, äh, Sommer war und es war extrem warm und, äh, wir wurden halt dann da hoch und in Klassenraum gejagt, weil wir hatten, das ist immer doof bei uns, dass diejenigen, die diesen Streich machen, immer nur die ersten zwei Stunden, ähm, das beanspruchen dürfen, das heißt, du musst vertreten, beziehungsweise die zweite Stunde dort sein, oder auch zur ersten, ich glaube, das vertreten wird, dieses Mal nur zur ersten, und auf jeden Fall, muss ich dann da hinstecken, zu der alten Raum, und ihr müsst euch vorreiten, das ist ein Chemieraum, das ist ein Fachraum, ja, und im Fachraum gibt es halt andere Regeln, als in einem normalen Raum, im Fachraum ist es zum Beispiel auch so, dass du, äh, das Fenster nicht einfach so aufmachen darf, weil da könnte ja irgendwie Gase austreten, natürlich, frühst, am ersten, in der ersten Stunde gehen, das möchte ich auch im Fachraum nicht essen, nicht trinken, äh, kein Kombi fressen, oder sonst irgendwie, dein Brot auch nicht auf den Tisch legen, weil, wieder davon wird mit Chemikalien gehandelt, aber nicht, gleich Montagfrüh, die erste Stunde, das ist einfach so alles mögliche passiert, und dann habe ich halt, äh, du musst euch vorstellen, wenn du in den Raum reinkommst, kommst du in den Raum rein, ja, und dann ist hier direkt ein Fenster, und dann geht das nach hinten, da ist dann der Lehrertisch, ich hab's mir gesehen, da ist der Lehrertisch, und hier geht die Wand hinter, das ist dann nochmal Fenster, und hier ist es eine ganze Tüche drin, halt, ne, und du kommst halt rein, und da war direkt da das Fenster, und ich geh rein, und mach direkt das Fenster auf, also kipps an, mach's danach auch auf, und da hat sie mich schon so angekippt, geguckt, äh, wenn ich ja auf der Hunde zu meinem Platz, das ist jetzt mal ein schlimmer Ransener, und dann sagst du, fragst du, ob ich noch ein Fenster aufmachen darf, weil es zu warm ist, ne, so, wenn man sie näht, ne, ich setze ich jetzt sofort hin, was erlaubst du dir überhaupt, äh, Papa, und dann später, im Unterricht, trotz hier halt bei jedem Kleinigkeit, bei jeder Kleinigkeit, meine Muttiens, ja, jeder Kleinigkeit, will sie einfach meine Mama anrufen, Böö, was ist denn mit ihr los, also, das ist das, das kennt mich schon jeder von euch, dass ihr so ein Lehrern habt, ja, die euch wirklich auf den Kieker hat, die euch richtig auf den Kieker und ihr merkt, dass sie egal, was ihr macht, wie jetzt, immer aus, um irgendwie scheiße durchzulabern, sei es jetzt bei einem Lernverlehrer, sei es vor der Klasse, oder sei es, sei es, ähm, vor, vor euren Eltern, halt, beim Elterngespräch, gut, gut, dann kam es jetzt nicht so weit, dass sie meine Mutter angerufen hat, aber ich hab meine Mutter auch schon erzählt gehabt, und hab auch schon mit meiner Mum telefoniert gehabt, aber halt nicht so mit Gespräch eingeladen, ja, und das glücklich ist, mein Dad wusste da auch Bescheid, mein Dad hab ich das auch erzählt, und mein Dad, ähm, ist so auf der anderen Schiene, der meint, äh, irgendwie dumm, Behauptungen kommen gar nicht in Frage, das heißt, ähm, wie soll ich jetzt sagen, er jetzt ein Lehrer scheiße labert, wo er genau weiß, ich war das nicht, dann steht er auf meiner Seite, und da kam es dann dazu, dass diese Frau Fötze, wie wir sie ernannten, angerufen hat, und mein Dad zufällig ans Telefon gegangen ist, und ja, diese Frau Fötze hat halt dann ihren Anschluss bekommen, so wie sie ihn verdient hat, ja, also das ist einfach so, und ähm, ja, also so bin ich eben auch relativ gut rausgekommen aus der Sache mit dem Elterngespräch, wie gesagt, heute hatte ich eins, das war relativ überraschend, weil da ging es wirklich nur um mein Verhalten, nicht um meine Noten, oder so, und das lag einfach daran, dass ich zum Beispiel, ähm, vom Gymnasium auf die Regelschule gewechselt bin, und im Gymnasium, der Anspruch von den, äh, Englisch-Sachen ist einfach viel krasser als der in der Regelschule, das hat sie auch selber gemeint, weil sie ja auch beide Klassenunterricht, und das Klassenschulunterricht, müsste es so sein, dass wir eine Gesamtschule sind, bei uns kann man Hauptschulabschluss machen, Regelschulabschluss und Gymnasialabschluss, und dann halt, äh, je nachdem, wie sich weiterbildet, mit uns rausgehen, ist ja egal, dann, und auf jeden Fall war das einfach so, dass sie, dass selber gesagt hat, dass es krass ist, dass die Unterschiede herrschen, weil einige, äh, kommen gar nicht klar mit dem Stoff, die machen null, und dann gibt es welche, die sind einfach immer, äh, unterfordert, und ich will mich jetzt selber nicht einschätzen, aber ich bin so im Mittelfeld, also mal hab ich Bock was zu machen, da krieg ich auch gut hin, und mal hab ich dann keinen Bock was zu machen, da verkack ich dann einfach, hab auch keinen Bock da was zu machen, und ich hab auch dieses Jahr ein relativ gutes Zeugnis für meine letzten Jahre, und, ja, also ich hab ein relativ gutes Zeugnis für das Block Ops 3 rauskam, also, ja gut, und das war auch eigentlich auch schon das Video, ich hoffe, euch hat's gefallen, ein paar Real-Live-Stories auf den Tisch schnell zu bekommen, beziehungsweise, schreibt mal eure Meinung zu Elterngesprächen in die Kommentare, ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie das bei euch immer so abläuft, beziehungsweise ob das überhaupt so bei euch gibt, dass die Eltern auch angerufen werden und eingeladen werden in die Schule, und es da einen Tag halt gibt, wo die alle da versammeln werden, und dann auf die Fresse, oder? Deswegen würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal!